So, da wären wir auch schon wieder mit Final Fantasy 5. Und passenderweise ist das hier der fünfte Part. Und der vierte, der jetzt tatsächlich in einer Session aufnehme. Das heißt, die drei, die ihr vorher gesehen habt, und dieser, wurden alle praktisch mehr oder weniger in einem Rutsch aufgenommen. Deswegen weiß ich zum Glück auch, was letztes Mal passiert ist. Wie ihr seht, unsere Überfahrt mit dem Schiff war nicht so erfolgreich. Wir sind mittlerweile in dem berühmt-berüchtigten Schiffsfriedhof gelandet. Nachdem unsere Fahrt durch den Tornack-Kanal nicht so erfolgreich war. Die große Seeschlange Syltra, die Paris gehorcht hat, hat diese Fahrt leider nicht überlebt. Obwohl wir wissen nicht, ob sie sie nicht überlebt hat. Aber sie konnte auf jeden Fall das Schiff nicht weiter antreiben, sodass wir hierhin getrieben sind, zum Schiffsfriedhof. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob unsere Charaktere, unsere vier Charaktere, den Weg hier rausfinden, die ja mittlerweile, muss man ja sagen, Klassen haben. Und übrigens wurde jetzt auch confirmed, dass Paris eine Frau ist, weiblicher Charakter. Wir haben uns jetzt schon relativ weit durch den Schiffsfriedhof geschlagen. Deswegen bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie weit es noch sein muss. Und wir kriegen hier direkt am Anfang einen neuen Gegner mit dem Kopfzünder. Was kann der denn so schön? Der ist Stufe 11, hat 90 HP und keine Schwachpunkte. Glaubt, dann werde ich tatsächlich keine MP benutzen, um ihn anzugreifen. Okay, ja, das Problem ist, ich muss es natürlich erstmal erledigen, damit der untote Golem in der ersten Reihe steht, weil so wie das in dem Spiel hier funktioniert, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist es ja so, dass man nur gegen die Gegner in der ersten Reihe auch wirklich vollen Schaden macht. Bei allen anderen Gegnern macht man halt nicht vollen Schaden. Das ist ein bisschen blöd. Außer es ist ein Skelett, da ist egal, weil die Dinger sind sowieso schneller downer, als man hinschauen kann. Also da juckt es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Und wie ihr seht, fehlen uns auch nur noch sechs Kämpfe dazu, dass wir, dass zwei unserer Charaktere ein Level abgekommen im Beruf. Warte, hier auf dem Weg liegt die Weltkarte. Heißt das, das ist der Weg, den der, das heißt, ist das hier der Storyweg? Sag mir jetzt nicht, ich bin schon wieder aus Versehen den Storyweg gegangen. Das würde ich nicht okay finden. Okay. Da hat hier mit Absolut keinen Bock mehr auf das Skelett. Fühle ich persönlich. Oh, das war Damage. Das war Rundig Damage. Ah ne, hier unten sind drei Schatzkisten. Dann sehen wir doch mal an, was drin ist. Antidote, Antidote und Phönixfeder. Ich finde es nur eine sehr merkwürdige Entscheidung, dass man das Antidote nicht in die Mitte gepackt, äh, die Phönixfeder nicht in die Mitte gepackt hat. So hatte man halt zweimal Antidote und einmal Phönixfeder. Also zumindest ich würde das so machen, dass ich dann die Phönixfeder alleine aus Symmetrie in die Mitte packen würde. Aber ich bin auch ich und, äh, keine Ahnung, ob das dann komisch wäre oder so. I don't know. Okay, bei einem Skelett ist ein Angriff von hinten relativ egal. Aber was ich gerade durchaus interessant finde, der Part hier ist ja wirklich noch nicht so lang, ne? Aber es sind schon zwei Angriffe von hinten. Uh. Ich habe Schwarzmagie Stufe 1 und Stufe 2 jeweils gemeistert. Das nehmen wir doch. Dann hoffe ich, hier ist aber mal ein geiles Item. Du bist kein Item. Also nicht das alles hier. Oh. Es sieht echt so aus, ob es hier weitergeht. Dann muss ich wohl nochmal zurück. Dann sonst gefällt mir das Ganze hier nicht. Das sollte tatsächlich alle erledigen, oder? Boah. Das war schön und clean. So wie es mir gefällt. Weil ich bin kein Drogenbier. Deswegen gefallen mir die Sachen sehr clean, müsst ihr wissen. Und ja, ich bin mir für diese Witze immer noch nicht zu schade. Und ihr wisst doch alle, das wird sich nie ändern. Ja gut, hier ist nichts. Nice. Ich habe mittlerweile schon vergessen, wo ich hier überhaupt herkomme. Das ist ein bisschen besorgniserregend, aber ich weiß ja jetzt tendenziell, wo ich hin muss. Ich bin hier lang gekommen, ne? Ja, das war hier. Könnten wir theoretisch noch da oben lang gehen? Wenn ich mich gerade nicht komplett vertue. Was ich definitiv nicht ausschließen würde. Ich kenne mich. Wieso nimmt Galuf eigentlich die ganze Zeit so viel Schaden? Ich achte da nicht sonderlich drauf, aber ich sehe dann immer, dass Galuf dann auf einmal so 4% seiner Max-HP fehlen. Ne, das hier ist der Anfang vom Level wieder. Oh, okay. Verstehe, verstehe. Angriffsvorteil. Ja, wollen wir den doch mal nutzen, ne? Ah, okay. So kann ich die Reihe wechseln. Also so können die hinten nach vorne und die vorne nach hinten. Verstehe. Ist ja auch nicht ganz irrelevant. Im Gegensatz zu einem Elefanten, der sich verirrt hat, der ist ganz irrelevant. Nein? Okay. Ich merke wirklich, ich baue immer mehr, ich baue immer mehr meiner, äh, was-Witze hier jetzt auch ein. Ob das eine gute oder schlechte Sache ist, wage ich es nicht zu beurteilen. Ich würde aber sagen, es ist eine ganz gute Sache. Ich glaube, da wird mir vielleicht die eine oder andere Person widersprechen. Aber da ist es ja schön an diesem Format. Wenn, dann lese ich es nicht jetzt, wenn ich es spreche. Aha. Erstmal sehe ich, dass, äh, mittlerweile jeder meiner Charaktere Level 8 ist. Was ich durchaus appreciate. Oder zumindest die ersten beiden. Weiß jetzt nicht, ob unbedingt jeder. Also die Steine hier links und rechts sind auch ein bisschen bait, oder? Oh no. Hier ist doch irgendwas faul, wenn ich nur wüsste, was es ist. Hallo, hier, ich bin faul. Hallo. Nein? Was ist diese Musik? Bartz, komm zu mir. Mutter? Es ist wirklich komisch gerade. Komm zu mir, meine Kleine. Vater! Lena, äh. Ah. Großvater, hier drüben. Wer ist das? Ich kann mich nicht erinnern. Was zur Hölle geht da gerade ab? Eine sehr merkwürdige Szene, das da. Oh, das sind... Gib deine Seele auf. Werde einer von uns. Weiche Dämonen, wer oder was bist du? Oho. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand von euch meiner Magie widersteht. Sei gegrüßt. Ich bin Sirene. Ich bedauere, aber die Seele deiner Gefährten gehören jetzt mir. Da ich gut gelaunt bin, könnte ich mich dazu hinreißen lassen, sich zu verschonen. Dass du prä... bist und dich zurückziehst. Denkst du wirklich, lass die drei im Stich? Falsch gedacht, Fräulein. Warum würdest du ihr Leben für diese Leute riskieren wollen? Weil... Weil sie meine Freunde sind, natürlich. Fallt nicht auf ihre Illusionen rein. Öffnet eure Augen, verdammt. Auch keine Scham davor, Frauen zu schlagen, wie ich sehe. Ich finde es super, dass das drei verschiedene Quotes sind. Barts wird aus der Hypnose gerissen. Lena kommt wieder zu Sinnen. Und Faris erwacht aus ihrer Trance. Galuf! Oh oh, sie greift an. Der nächste Bossfight, den wir jetzt haben. Ich hatte tatsächlich... Oh shit. Ich hatte tatsächlich anfangs jetzt so ein bisschen die Sorge, dass manche der Charaktere das hier mit weniger HP beginnen würden. Äh... Null. Ist unschön. Ey, ich will dich auch analysieren. Ich hab kein Echo Kraut oder sowas. Nope, hab ich nicht. Well, das ist jetzt ein bisschen Kacke. Funktioniert wenigstens Feuer gegen die? Nö. Blav. Kannst du mal aufhören, alles auf Barts zu werfen? Sirene ist zu einer Untoten geworden. Okay. Und soweit ich weiß, haben Untote in diesem Spiel eine Schwäche gegen Feuer. Ah. Aber scheint auch eine bessere physische Verteidigung zu... ...haben. Ähm. Das war Damage. Und unser Weißmaiger ist immer noch außer Betrieb. Aber das ist egal, weil... Die Sirene ist down. Sie ist down. Nice. Ich hatte jetzt wirklich kurz einen Moment Angst. Aber es schien ja alles... ...gereist zu haben. Galuf hat Beschützen gemeistert. Und wir kriegen ein Bronzeschild. Uh. Galuf, sie haben uns gerettet. Wir verdanken ihnen unser Leben. Ach was, lassen wir diese Gefühlsduseleien. Sie werden ja ganz rot. Ich du nicht, dergleichen. Und die anderen drei lachen. Ist doch schön, dass sie lachen können. Ähm. Ausrüstung. Ja, genau. Das wollte ich nachgucken. Äh. Galuf. Yes. Der Bronzeschild. Ich glaube, das ist schon sinnvoll für ihn, ne? Äh. Eine Sache wollte ich schon nachgucken. Ich habe ja jetzt die Weltkarte. Ah, die kann ich mir jetzt angucken. Okay, wo waren wir denn bis jetzt? Fangen wir mal Tycoon Meteorit. Dann wird das über dem Tycoon Meteorit tendenziell... ...äh... ...das Schloss Tycoon sein, logischerweise. ...die Höhle, durch die wir gegangen sind. Das Piratennest. Der Windschrein. Der Schiffsfriedhof. Das Piratenschiff. Und hier ist Tulle. Okay. Das heißt, wir haben... ...ein paar Orte, die wir gleich erkunden können. Wenn wir hier raus sind. Aber die Frage ist, führt diese Höhle denn auch raus? Aus dem Schiffsfriedhof. Und die Antwort ist tatsächlich ja. 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 Okay. Ich hab... Man kann hier tatsächlich nachgucken, was man gefunden hat und was nicht. Interessant. In Tulle habe ich jetzt nicht viel gefunden. In der Höhle alles... ...im Piratennest 0 von 3 Gegenständen. Hm. Aber ja gut. Ich meine, da konnten wir auch vieles nicht erkunden. Im Windschrei nur 3 von 4 Schatztruhen. Okay. Schiffsfriedhof nur 6 von 8? Hat da eigentlich den Eindruck, ich hätte da alles gefunden. Hm. Naja. Ist jetzt so. Gucken wir erstmal, dass... ...dass wir uns hier wegbewegen. Und nein. Die Gegner. Schaut doch nur. Sind tatuiert. Ich kann mir den Kommentar nicht vergleifen. Es ging einfach nicht. Die kommen bestimmt aus Tatooien. Und ja, anscheinend will ich diese Parts mit so viel Anspielung füllen, wie nur irgend geht, wenn ich mir so gerade selbst zuhöre. Der Weg, der scheint... Der führt anscheinend nirgends hin. Ich kann ja auch Magie außerhalb der Kämpfe anwenden. Naja, okay. Dann mache ich mal das da. Ein Stachling und ein Hornbulle. Wie soll ich mir das vorstellen? Ist das so... Ist das so ein Polizist, der mit einem Jagdhorn durch die Gegend rennt? Oder... Kommt die Analyse überhaupt noch durch? Nö. Okay. Meines ist auch was. Defeat 100 Monsters. Mach ich gerne. Was ist denn hier oben Schönes? Noch mehr Tattoos. Uh, Galuf hat geblockt. Sehr schön. Was ist denn mit den Gegnern? Was sind die denn? Stufe 8. Okay, das ist gar nicht mehr so hoch. Nur 100 LP. Unfällig für Eis. Unfällig für Wasser. Interessant. Oh, der lebt ja noch. Oh, der lebt ja nicht mehr. Na dann. Baris hat waffenlos gelernt. Gemeistert. Waffenlos. Das ist ja wahrscheinlich auch wieder eine... Ah, Fähigkeiten. Waffenlos. Beim waffenlosen Angriff die Kraft eines Mönches. Okay. Brauchen wir jetzt momentan nicht. Was hat Galuf bekommen? Er kann... beschützen... Ah, beschützen absorbiert einen physischen Angriff vollständig. Aber das ist dann... Ah. Wäre natürlich in Kombinationen mit Schutz echt gut. Aber so sind halt... Ah ne, warte, beschützen haben wir ja da oben. Ich bin... Apeilend. Nevermind. Ein Bergpfad. Der Nordberg. Ich weiß noch nicht, ob ich hier hoch will, um ehrlich zu sein, auf dem Nordberg. Ich schaue mich erst mal um, ob hier irgendwo eine Siedlung zu finden ist. Weil das ist natürlich auch immer in so klassischen JRPGs eine Sache, die man gut machen kann. So Siedlungen zu finden ist eigentlich meistens nicht so schlecht. Und ja, ich habe... Ich habe mir noch überlegt, über ein Thema vielleicht zu sprechen. Bei dem Upload ist das vielleicht nicht mehr 100% aktuell. Aber es war ja die State of Play, ne? Und da muss ich sagen, da gab es vor allem zwei Sachen, die mich echt interessiert haben. Ah, hier ist ein Dorf, wie ich mir gedacht habe. Und das eine war... Stellar Blade, was nach einem echt schönen Action-JRPG aussah. Und ein neuer Sonic Generations-Type, wo man anscheinend auch Shadow the Hedgehog spielen kann. Beide Sachen, die ich total faszinierend finde, auch die ich ein Auge habe. Falls ihr euch die Präsentation auch angesehen habt, würde mich mal auch interessieren, auf was freut ihr euch denn so? Gibt es da irgendwas explizites? Denkt ihr euch so? Ach, wenn irgendein Spiel dabei ist, das interessiert, dann werde ich das schon irgendwie mitbekommen. Ich weiß nicht. Ich mag es einfach, mir solche Präsentationen anzugucken. Und ich warte auch immer noch sehr geduldig auf die Präsentation des Switch 2, wann auch immer die passieren wird. Es verdichten sich ja die Anzeichen, dass das in naher Zukunft sein könnte. Und wahrscheinlich, bis das Video hier online ist, gibt es wahrscheinlich schon eine Ankündigung bei meinem Glück. Aber naja. Jetzt sind wir erstmal in Carven, wo erstmal schön für uns applaudiert wird, so wie es sich anhört. Was, ihr kommt vom Schiffsfriedhof? Ihr seid doch keine Geister, oder? Nein, wir sind Weißbrot. Also zumindest, wenn ich mich so ansehe, dann weiß ich, ja, ich bin definitiv Weißbrot. Goldnadel, Phönixfleder. Was ich wirklich haben wollen würde, hier aus dem Shop, wäre, ähm, hier, Echo Kraut. Aber die haben kein Echo Kraut. Schade aber auch. Jetzt werden wir erstmal den Ort hier ein bisschen auf den Kopf stellen, in der Hoffnung, dass wir hier so eine Kleinigkeit finden. So, ein paar Schätze. Und natürlich schauen wir auch in die Jobs rein, ich meine, das ist klar. Nach 50 Jahren starben die meisten der Windrachen im Krieg. Der Teil Kuhn ist der letzte seiner Art. Oh. Die da Blumen, die da auf dem Nordberg wachsen, sind giftig. Okay. Ich gehe bewusst als letztes in die Läden. Einfach, weil wir können ja vielleicht vorher irgendwelche Schätze finden, die wir sonst in den Läden kaufen könnten. Oh, ein Klavier. Mit dem Klavier spielen, ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhört. Es klingt in etwa so gut, wie wenn ich Klavier spielen würde. Aber wir haben einen Fortschritt gemacht. Das ist das Wichtigste. Oh, habt ihr da etwa eine Weltkarte? Nutzt ihr das Item, um einen Blick drauf zu werfen. Also die Musik im Hintergrund hat Bock, auf jeden Fall. Wo flüchtern gehört, dass das Drachengras auf dem Nordberg wächst. Umringt vom giftigen Gras. Also Obacht. Hinter dir ein dreiköpfiger Auf... Okay, der versucht einen ganz billig zu verarschen. Ein Winddrache und das super seltene Drachengras. Wenn ihr da rankommt, werdet ihr in Geld schwimmen. In Geld schwimmen. Von gehört? In der Nähe von Tycoon ist ein Meteorit abgestürzt. Ne. Hab ich noch nicht mitbekommen. Erzähl mir mal bitte mehr. Das hier ist ein Raum. Ja, es ist ein Raum. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein Raum. Bin mir sicher, dass da wahrscheinlich irgendwas versteckt ist. Aber man weiß ja nie, ne? Ich muss aber gerade eine Sache nachgucken. Nein, das hier ist was anderes. Weil, wenn wir hier in der Taverne sind, sieht man, dass hier links ja irgendwas ist. Ah, hier ist ein Geheimgang. Verstehe. Und hier findet man 1000 Gil. Oh. Hallo. Ja. Mich stört nicht, dass wir hinter deinem Tresen sind, oder? Anscheinend nicht. Und wir haben dich mal soeben um 1000 Gil erleichtert. Ich hoffe, das macht dir auch nichts aus. Im Laden scheint ja gut zu laufen. Da kann man das... Da verträgt... Da vertragt ihr das schon mal, nicht wahr? Wie sie das herausfindet, sind wir eh schon lange weg. Und wir retten die Welt. Ihr seid doch mal ein bisschen spendabler hier. Aber das sind genau solche Geheimgänge, wie... Wie ich meine, wo... Gut. Die findet man nicht zwangsläufig alle in einem Playthrough. Und das ist dann halt eben auch die Sache. Und ich kenne ja dann doch so das Prinzip von klassischen Final Fantasys. Dementsprechend wundert mich das alles eher weniger. Tut mir leid, keine Schiffe nach Walze. Der Wind ist zu schwach, der ist nicht mit Segeln. Die Stadt hat da eins die besten... Warte. Die Stadt hat da eins den besten und geschäftigsten Hafen der ganzen Welt. Helfen uns allerdings jetzt auch nicht mehr viel. Das Königreich Walze liegt südlich von hier, jenseits des Meeres. Sie benutzen dort eine Maschine, um die Energie des Wasserkristalls zu verstärken. Müssen diese Maschine auch anhalten? Hier kommen wir nur nach Walze. Walze liegt jenseits des Ozeans. Mit dem Schiff geht es schnell, aber seit dem Wind so schwach ist, fahren keine mehr. Und jammer, dass wir Siltra nicht mehr haben. Oh, tut mir leid, Fahrers. Ich wollte sagen, sehr sensibel. Bart, hast du eine Idee? Keine Schiffe. Also der Seeweg fällt schon mal flach. Wenn wir nicht über Land oder über See dorthin kommen, dann... Hm. Muss ja eigentlich über Luft sein. Der Wind ist zu schwach, die Schiffe bleiben also schön in den Häfen. Wenn wir nicht über Land oder über See kommen, dann... Hm. Oh, aber ich gucke jetzt mal gerade, was... Was die schöne Weltkarte hier dann sagt. Eine von vier Items. Oh. Als ob es hier so viele Items gibt. Na ja, schauen wir erstmal, was für schöne Magie es hier gibt. Ja, vielleicht gibt es ja hier auch irgendwo ein verstecktes Item. Wer weiß, wer weiß. Wir kriegen hier Schlaf als Zauber. Das ist in Stufe 2 Zauber. Spille und Protest. Protest ist sehr gut, weil... Wir hatten ja jetzt manchmal mit Bartz noch das Problem, dass wir nicht wussten, was wir machen sollen, wenn wir nicht heilen können oder Analyse wirken. So hat sich das Problem praktisch von selbst erledigt. Denke ich zumindest. Dann können wir einfach gerade in Bossfights die Verteidigung von irgendwem stärken. Das gefällt doch. Womit kann ich dienen? Brosse Helm, Brosse... Baumwollrobe. Zweimal. Äh, und ein... Eine Brosse Rüstung mal auf jeden Fall. Und dann können wir uns ja gleich auch um die Ausrüstung kümmern. So, Baumwollrobe ist vor allem gut für die Magieabwehrse. Meines passt ja auch zum Magier, dass sie gute Magieabwehr haben. Aber jetzt, bevor ich dann den Rest alles aus Bronze kaufe, gucke ich erst mal, was ich hier noch so beim Waffenhändler bekomme. Ein Dolch. Ich kann dem Dolch verkaufen. Langschwert nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Für Galluf. Dann rüsten wir das dem auch gleich mal aus. Das Langschwert, ja, macht ein bisschen mehr Schaden als das Breitschwert, so wie es ausschaut. Ich glaube, ich behalte die auch erst mal auf ihren jeweiligen Klassen. Zumindest für eine Weile, bis ich... Bis ich einen Grund sehe, das zu ändern. Und ich hätte die Ausrüstung auch direkt da bei dem Händler anpassen können. Naja, egal. Ist jetzt so. Kommt ja jetzt einen guten Bronzehelm. Und sie bekommt dann einen Kupferhahn. Ich meine, es ist besser als nichts, also. Nehmen wir es doch mal, ne? Hier gibt es nicht irgendwie zufällig versteckte Items oder so. Nein? Also wahrscheinlich schon, ich finde sie nur nicht. Bist du ein verstecktes Item? Oh ja, da war ein Antidote drin. Nice. Antidote, wenn man genug von Punkten hat. Hat man ein Antidote. Dass auch ja niemand mehr einen Punkt irgendwo hinsetzt. Wisst ihr, da vertritt man einfach seinen Punkt. Gibt es hier zufällig einen Geheimgang? Hinten zudem hinter den Tresen? Nein? Schade. Ich glaube, dann stocke ich mal tatsächlich ein bisschen meine Potions auf. Antidote brauche ich eigentlich nicht. Augentropfen wäre eine Idee. Warte, ne, welche Zauber haben wir jetzt? Muss ich gerade nochmal nachgucken. Wir haben... Dille, Brotes, okay. Und hier haben wir Schlaf. Dille, Brotes und Schlaf. Das heißt... Einen Antidote brauchen wir eigentlich gar nicht. Kaufen mal ein paar Augentropfen. Ein paar Jungfernenküsse. Ein paar Hämmer. Und zwei Goldnadeln, weil sie sind verdammt teuer. Und verkaufen mal... Ja, komm, verkaufen wir zwei Dolche. Dann haben wir das aus den... Von den Jungfernenküssen auch wieder... Äh, von den Goldnadeln auch wieder drin. Delta haben wir definitiv noch genug. Also da brauchen wir keine mehr. Da waren wir jetzt hier eigentlich schon in dem Inn. Glaubt nicht. Dann ruhen wir uns doch mal eine Runde aus gleich. Aber erstmal checke ich natürlich hier die Lokalität ab. Wer weiß, vielleicht gibt es hier das eine oder andere Alte, das man mitnehmen kann. Oder den einen oder anderen Geheimgang vielleicht. Ich kann auch nichts aus dem Regal mitnehmen. Klar, aber auch. Naja, übernachten wir hier erstmal und schauen... Wie viel kostet uns denn der Spaß? Auch nur 10, gell? Also das ist günstig. Normalerweise skaliert das ja immer mit. Also wird das im Spielverlauf immer teurer. 10 Gil ist ja zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht mal so viel. Und wir haben ja jetzt herausgefunden, dass wir... Also der See und Landweg ist ausgeschlossen. Und dann geben wir uns mal zu dem Ort, wo es dieses Drachengras geben soll. Und das ist da oben. Aber das machen wir nicht mehr in diesem Fall. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Ab eine schöne Restwoche, egal wie lange die auch sein mag. Und dann geht es nachher in das... Wie hieß das Gebirge nochmal? Ah, ich habe ja mittlerweile eine Weltkarte. Da kann ich das nachgucken. Dann geht es ins... Zum Nordberg. Sehr einfaches Nordrhein-Chanal, by the way. Aber ja, dann geht es zum Nordberg. Und ich hoffe, dass wir da etwas von dem Drachengras sammeln können. Sodass wir per Luft nach Weise kommen können, um dort den Wasserkristall zu beschützen. Aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Dementsprechend, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Bis dann.